Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema effektives Training bei Rückenschmerzen. Und zwar habe ich da aus einer Studie folgende wichtige Erkenntnis rausgezogen. Die Studie ist aus dem Jahr 2021 und hat verschiedene Bewegungsprogramme bzw. ein konzipiertes Widerstandstraining für die hintere Kette mit einem allgemeinen Bewegungs- und Gehprogramm verglichen. Und da wurden Personen im Altersschnitt zwischen 16 und 70 Jahren miteinander entsprechend verglichen und die Forschungsgruppe kam dann zu folgendem Ergebnis. Ich habe mal die drei wichtigsten Keypoints, die wichtigsten Punkte rausgezogen und mitgebracht. Und zwar Punkt Nummer 1, dass das Krafttraining der hinteren Kette dem allgemeinen Bewegungsprogramm deutlich im Vorteil war. Das heißt, über eine Zeitdauer von 12 bis 16 Wochen wurden da die besten Ergebnisse im Vergleich erzielt. Und gleichzeitig nahm das Schmerzempfinden ab, gleichzeitig wurde der Grad der Einschränkung deutlich minimiert, die Muskelkraft nahm deutlich zu und die Nebenwirkungen wurden entsprechend auch in Bezug auf die Trainingsintervention deutlich reduziert. Also vier wichtige positiver Nebenwirkungen oder entsprechende Ergebnisse, die sich daraus ableiten lassen und die jedem Rückenschmerzpatienten mit chronischen Schmerzen Zuversicht und natürlich auch entsprechend Kraft geben sollen und natürlich auch anregen sollen, es anzugehen. Genau, das dazu, das soll auch heute nur ein kurzes Video dazu sein. Wenn du dazu Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich über Feedback und entsprechend Fragen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschau.